hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einem weiteren teil transport fieber season 6 auf meinem kanal ja ich bin wieder da ab jetzt werden wir frische folgen aufgenommen heute ist der zweite november und wie ihr seht der spielstand funktioniert noch ich musste nur zwei mods einmal deinstellen wir installieren und schon lief alles und hat ein paar grafikprobleme aber das konnte ich beheben indem ich meinen catch gelöscht habe und ja meine freunde jetzt ist es an die soweit es geht hier weiter und wenn ich schaffe kommt morgen ist samstag genau ich spreche jetzt mal aus eurer sicht kommt morgen die erste folge zu meinem schönen bauprojekt minden oder projekt mit dem schönen bau dazu kann ich ja mal gucken wie ihr da so darauf reagiert ja hier ist alles unverändert gleiche chaos wie vorher auch ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich habe mir jetzt die letzte folge nicht angeguckt ich weiß noch vom titel her bahn muss vorfältig glaube wir hatten das hier gebaut wie gesagt ist jetzt schon über drei monate her dann seht es mir nach bitte ja gut ich sagen machen wir hier mal weiter jetzt muss ich mir mal selber selber mal gerade überblick verschaffen wo wir jetzt was machen wollen was wir machen müssen und das ist euch auch nicht zu langweilig wird hier schön mit den tg hörts gerade die hier reinkommen man sieht schon schön das läuft auch relativ flüssig ganz ehrlich sagen also bin erstaunt leute sind hier drin und 207 222 top gefällt mir wohl so hier am flughafen ja alles klar egal das weiß ich noch da war ja wie man nach halbieren war kaka so hier ist das übliche chaos 588 leute wird wahrscheinlich auch voll oder oder wir vorstellen viele gut das lassen wir mal so mal gucken wo waren wir denn zuletzt stehen geblieben wir haben hier unsere güterlinie gebaut und die lud miller ist drauf gesetzt richtig oh ja die sein oh ja die sind auch alle gut gut im betrieb sehr schön jetzt ist ja genug guckte man die groß ist hier geworden ist unglaublich ja ja gut das haben wir das haben wir das haben wir ehrlich gestehen ich bin gerade ein bisschen unvorbereitet jetzt hier in diese folge ja das lassen wir einfach mal so wir gucken mal wo was neues bauen können hier hat man glaube ich busse die hinfahren ja aber irgendwie wird die stadt hier immer kleiner na jetzt geht es wieder bergauf genau das haben abgedeckt das haben abgedeckt die fette der icg glaubt das war der langsamste icl war schnell ist auf jeden fall nicht so sales peri haben abgedeckt das hier hinten war das abgedeckt die beiden haben wir nicht abgedeckt da kann man mal gucken ob wir hier noch ein gleis vergisst es hätte ich gesagt haben wir hier noch mal eine kleine erstmal die nur hier und erfährt so und sie können auch komplett vergessen ich gehe auf die linie ob nix drauf sonst würden wir das so machen dass wir hier hingehen wir haben wir noch ein paar gleise so sie könnten wir einfach nur eins ran waren hier fällt ja durch aber der intercity hält er hier dann könnten wir den hier hinten noch mit verbinden mit mein head und warum staple ob das machen wir immer noch ein gleis dran perfekt so haben wir schon nicht schöne brückenbauwerke mal gucken 160 zwar am besten auch die du willst hier nicht in so einem damm denn die brücke jetzt noch hier eine brücke hier wird auch eine brücke perfekt so das tal hier schön über spannen das sind wir mal gucken was ich für eine brücke nehmen kommen dann nehmen wir auch die denn sind uns moderne brücke da genau bleiben wir auch bei der modernen so ist es ganz schön dann bleibt dass sie auch einspurig hier werden wir jetzt zweispurig wohl eigentlich kommen wir ja auch die stricke ist nicht so groß bleibt einspurig wenn wir sowieso arge probleme wollen wir gucken wo wir ziehen bahnhof hinsetzen da können wir im prinzip nur in unterirdischen bahnhof machen weil eben ehrlich ist hier gar nix das ist ein underground station gott die sind 80 meter brauchen wir doch zwei können jetzt diesen tonel raus fragen lassen das ist natürlich auch nicht dass wir wollen aha wird schwierig jetzt hier so hingehen und der seite stört das haus wahrscheinlich es ist natürlich jetzt hier echt schon wirklich arg arg schlechter boden hier unten geht es wie geht es perfekt hier unten in der senke haben wir jetzt unseren bahnhof da müssen wir rauf perfekt das passt ist natürlich dann irgendwann noch mal gucken das war mit dem fahren verloren soll ich dann sagen egal also was da fällt es mir wieder ein so dann haben wir das ich hatte vielleicht habt ihr das gehört in den letzten vorn hatte ich immer so ein kleines tonproblem dass wir so ein komischen hall in unseren videos hatten aber das ist behoben das problem ich hatte einen filter aber ob es drin liegen raus unterdrischung und gehen und das hat diese komischen komischen lauter verursacht das tut mir ganz schrecklich leid aber jetzt also gut das ist die hauptsache so jetzt machen wir darauf hin so ein hier wir gehen hier 180 wo man nicht rein er geht auf 180 jetzt die frage wohin damit und wo kommen wir von kommen da hinten da kann man nicht hier so ein bisschen ansetzen weil das natürlich das problem mit dem terror irgendwie dass er die den auf der seite anvisieren möchte ist das hier ein bisschen arg doof dann setzt man hier auf die innenseite und würde ich auch schon ganz schön tief das ist nicht doof ja so sie wieder im untergrund bahnhof machen kommen wir auch eine u-bahn fahren lassen aber auch so eine lange strecke in der u-bahn ist ja auch blöd dass man jetzt hier im bösen den bahnhof hin machen wir es doch so 180 ein jahr bis geschwindigkeit ja kann man machen zuerst auch schon mal wo ist der baum möglich nirgendwo hier hinten ist der baum möglich da kommen wenn jetzt hier können da geht es uns hoffen dass wir jetzt hier nach unten kommen hinter der straße her meine freunde ja genau so wie eine brücke in den tunnel das ist ein ordnung so hier noch ein dreck neben aber kommen wir jetzt gleich von züge fahren lassen wollen so perfekt deshalb hauptsächlich hast unter luft so können wir natürlich das ist aus dem anbinden aber natürlich dann wieder mehr verkehrer auf der linie so ja lass mich mal noch ein bisschen werbung machen für mein projekt schön bau da wird es jetzt hauptsächlich wirklich um schön bau gehen wir werden da tatsächlich werden wir tatsächlich uns wenn ich meinen bahnhof also meinen bahnhofen hinten genau nachbauen das heißt genau also so gut es geht wir sind hier im spiel und so hundertprozentig geht er nicht ja also das werde ich da auf jeden fall machen und mein gott wer geht mir jetzt auf den sack so und ja genau und da wird es hauptsächlich im schön bau gehen und den bahnhof nachzubauen wie es auch ungefähr hinhaut ich habe schon einiges gemacht ich hätte wahrscheinlich ein kleines video zu aufnehmen und dann wollen wir mal gucken was dann also bei rumkommt und ich hoffe euch gefällt das und ihr werdet das feiern ich denke mal das ist auch das was ihr euch immer gewünscht habt wirklich so so richtig schön bau also ansonsten habe ich ja immer gesagt ich mache schön bau soll in ihren und es ist dann ja nie wirklich so richtig schön bau also ist es schon schön bau gewesen aber mit keiner realen anlehnung und ich werde jetzt von minden nicht jedes einzelne straße und dieses einzelne haus nachbauen sondern ich werde das gleis das gleis bild nachbauen und die anlagen so gut es geht drumherum aber mir dann außenrum weiter frei halten lassen da wie sonst das alles eins zu eins da habe ich da nicht so ich so lust drauf aber so ist das ganz geil bin auch schon viele stunden am tüfteln und ja ich denke bisher gefällt mir das auf jeden fall sehr gut hatte ich da jetzt noch ein hingesetzt auch das safe das ist immer gut da habe ich so sagt so alles klar aber jetzt einfach mal stumpf in der postlinie rein wie gesagt da werden wir zu diesem let's play jetzt so mehr auf das bauen konzentrieren primär und zwar machen wir ja auch noch ein bisschen schön bau in anführungsstrichen also machen das nachher alles noch so ein bisschen hübsch aber primär werden wir halt auf auf der funktionalität bleiben und die karte mal bis zum ende spielen bis sie nicht mehr spielbar ist weil das spiel so am längen ist so jetzt haben wir dieses mal problem so jetzt mal sehen dass wir hier irgendwie irgendwas hier rein kriegen das gebäude muss abgerissen werden alter schwede ist aber alles eine ein krampf hier wirklich sehr sehr hügelig aber das geht da geht es nicht aber da geht es aber dann nehmen wir wenigstens den der asphalt hat genau ich stehst an der eiger nordwand ist das hier oder hat ist das aber wenn ich hier ein grundstück hast du da dürfen die kinder aber auch nicht zu weit abrutschen weil dann gehen sie segeln na gut wie gesagt die stadt hier ist ja sowieso nicht wirklich im hauptfokus von unserem und unserem spiel da ist das ok so der einbuss alle stelle hier kann ich wahrscheinlich ganze stadt abdecken dann fahren wir hier aber wieder hoch machen hier oben noch mal ein da noch mal so das ist mein head so mein head bus ups hier gibt es eine verbindung perfekt dann können wir das aber hier machen brauchen wir nicht in jeder nicht in jeder stadt so das ist mal die frage wie nennen wir die es mal gucken dass wir jetzt hier so haben cc log 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 regional regional ist 1 2 3 4 5 6 7 8 also es kann weg neue linie es neun da dahin bitte dann wieder hier hin schubs die ups und wieder zurück perfekt das ist doch schon mal gar nicht so schlechter jetzt sind es jetzt hier noch mal ein depot und mal gucken was wir jetzt hier drauf setzen triebwagen und sind triebwagen drauf ja gerade gucken groß die städte sind 51 und das waren 83 oder so 77 es wird zwar relativ schnell wachsen elektrisch aber wenn ich jetzt mal zwei stück mit 53 kapazität hier fahren lasse glaube dann ist das schon gar nicht so schlecht sie brauchen wir nicht so viele signale weil dass ich eigentlich immer von alleine hier relativ gut ein pendelt so ich weiß dass es ist die falsche seite aber um trotzdem ist die richtung weiß ich dann auch sofort wieder ab das brauchen wir nicht sagt sagt das 9 so sehr geräusch arm ein motorsound direkt perfekt so haben wir jetzt hier auch unsere zwei züge doch fahren da kann der intercity der hat ja hier immer noch genug platz kann der dann hier noch ein paar leute mit aufnehmen die stadt wird angebunden die zeit aber jetzt 18 minuten wir haben ja auch kein bus haltestellt oder sonst irgendwas da ist ja kein wunder dass ihr keine leute keine leute ran kommen wenn wir hier nix haben ja auch schon schwach so der tische wird durchgeballert aha das finde ich cool so aber das schon mal da hat wieder nicht viel gemacht doch war doch auch viel gemacht aber nur bis hier lösen berg in der mitte und dann jetzt zurück dann hier lang zwischen kann auch noch mal kurz anhalten dann wieder da runter heißen dieses café chelow jowel jowel bus zack 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 so perfekte und dann machen wir den jetzt auch noch an und dann sind wir schon am ende der heutigen folge gekommen was doch hier ganz gut hin dann kriegen wir noch ein paar leute drauf das vielleicht auch gar nicht so schlecht damit dann hier auch mal ein bisschen mehr passagiere transportiert werden damit wir noch mehr passagiere haben und noch mehr chaos haben und ja ihr wisst es meine freunde gut also wie gesagt morgen bitte doch vom kanal ob das neue projekt schon online ist und da würde ich mich ganz herzlich freuen wenn ihr da alle einschalten würdet und einen daumen und like und was auch immer da lassen würdet das ist hier los stop wort ist hier los und elektrisch ist ja die züge aneinander oder wird die denn zug da andere ist hier hat noch freie wege jungs hier gemacht soll doch nicht eingleisig sein warum ist das so wie es ist das haben wir schon ein problem jetzt hier noch mal die gnade hinsetze jetzt geht's hat noch freie wege wir um dreh um hat noch freie wege so der fährt da jetzt richtig und er auch so ist alles gut er hat sich irgendwie falsch eingeordnet warum auch immer alles klar da haben wir das gelöst danke meine freunde haut rein bis morgen hoffentlich bis dahin tschüss